Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Half-Life Alyx. Wir sind hier vor dieser Türe stehen geblieben und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Weiter geht's. Wow. Ja, das stimmt allerdings. Okay. 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 Was ist das für ein Kabel? Oh mein Gott, das frage ich mich allerdings auch. Da habe ich quasi in meinem Zimmer gerade runtergeworfen. Was ist das für ein Kabel? Okay, so langsam wird es zum Horrorspiel. 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 Vier Schuss. Okay. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Bin ich wieder. Und weiter geht's. Oh, crap. Und down. Ha! Wusste ich's doch. Ah! Puh! Puh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. So. Ich hab da ein kleines Blütenkabel. Autsch! Das war meine Hand. Du fieses Ding, du. Du kommst hier einfach angeschossen. Du. Auf. So. Ah. Ich übersehe hier gar nichts. Kann man sich auch mitnehmen? Ja komm, egal. Soviel sind wir ja... Was passiert hier? Nein. I told you. Are you seeing this? Uh possibly, are you seeing floating garbage? It looks like, it's just cardboard. Right, well seems harmless. Yeah, weird though. Was ist das? 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 Aber was? Was ist das? 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 Hm. Was ist das? Was ist das? It looks like pictures of vortigods. Hey. It looks like there's a lot of pictures of vortigods, but there's a lot of pictures of the vortigods, but there's a lot of pictures of the vortigods. There's a lot of pictures of the vortigods, but there's a lot of pictures of the vortigods, but there's a lot of pictures of the vortigods. 0, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 7. 1, 2, 6. 1, 2, 7. Untertitelung des ZDF, 2020